Dann bewegt dich auch richtig, ne? Du musst noch 5 Minuten warten, Dipsi. 2 2 Seht gut aus. Ja, ich bin bereit. Es war die Zeit. Wie geht's los? Ja. Los geht's. Kommt, Jungs. Ne, spielt mal. Ich zoome ihn ein bisschen. Lass uns in. 1 1 1 2 1 2 2 Ich muss ja jetzt zustehen. Ich bin bereit für die Rolle, ey. Herr Laszlo, ich brauch dich auch öfter im Netz einfach. Du musst mehr machen. Ich brauch dich mehr vorne, mehr hinten. Na gut. Ich will schon langsam. Weißt du, du musst so angreifen, dass er noch rankommt. Der war schon langsam. Das ist doof. Wir machen das jetzt. Der ist auch gut noch, oder? Die Zeit geht hier an. Der ist gut noch. Weiß noch ein Schaubolle. Zweifel angezeigt. Ah! 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 Dünn! Das ist einfach dünn! Spielstand? Gibt's nicht? Gibt's nicht? Ah! 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 Dünn! Ah! 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 Geht ganz gut. Steht mit mir? Ja. Stell einfach hin. Ja. Aufnahmen. Ja. Mach mal jetzt andere Seite. Die andere Seite. Aber wie willst du, der hat nicht so einen weiten Winkel. Die müsste dann da hinten irgendwo oben stehen. Ja, was ist, wenn du es denn so machst? Du kriegst nicht den ganzen Platz. Ja, wenn du die mal hier hinstellst. Ja.